Logbuch Eintrag Nummer 39, Captain Kirk Beard, an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Karawane ist unterwegs, um unser Schiff aus dem Schlamm zu ziehen. Leider haben wir unerwartete Probleme, in Form einer Sludge Queen. Unser Außen-Team versucht dieses Problem jetzt ein für alle Mal zu lösen, was jedoch etwas schwieriger sein könnte als erwartet. So, rennst mal hier durch. Und machst hier alles tot. Genau, dann taucht hier nämlich der blöde Warrior auf. Der ist leider zu heftig, um ihn zu kontrollieren. Äh, du. Äh, du. So, holt ihn vom Himmel. Und dann ist der nämlich mal aus dem Schuss. Und wir können versuchen, die Sludge Queen zu töten. Okay. Sobald der Worker weg ist, müssen wir die... Das Verhalten wieder umstellen, auf Selbstverteidigung. Sonst rennen sie die anderen nämlich in ihren Tod. Gut zu wissen. So, erstmal alle zusammenziehen. Spash Twist. Ähm. Warum funktioniert meine Tastatur gerade nicht? Jetzt funktioniert sie wieder. So. Okay, jetzt taucht der Worker auf. Äh, der Warrior. Die Worker sind ja die kleinen. So, wo ist der? Ah, da desht der Draht durch uns durch. Äh, falsch. Stichwolltig. So, wo ist jetzt der blöde? Da. Kommt er gleich wieder angedasht. Okay. Worker ist tot. Warrior ist tot. So. Alle ihre... Ihr Verhalten wechseln. Ich frage mich gerade, wie viel Schaden macht der Schuss? Wow. Der macht Schaden. So, hol dir mal das da. Und verpasse hier mal eine, die sie wegbrennt. So, jetzt dürft's lustig werden. Es kommen nämlich... Die Jungs. Ich mach das jetzt so. Ich spiel jetzt auf Safe. Ist mir egal. Ist mir egal, wie viel Viehzeug da jetzt kommt. Ich spiel jetzt auf Safe. Safe bedeutet, da beim Heilstein bleiben. Und vor allem das Forstfield anhaben. Kommst du zu dem blöden Heilstein und heizt dich? Danke. So. Shadow ist wieder dran. Hier eins zu verpassen. So. Verpasse hier noch eine. Okay. Selbstmörder. Smash Fist. Rotumschlag. Heilung. Shadow. Wo ist mein Shadow? Okay. Kill Sludge. Seht ihr jetzt zwei Sludge-Warriors hier, oder? Was? Okay. Forcer. Erstmal hochheilen. Das war voll daneben. Okay. Smash Fist ist fast down. Smash Fist ist down. Wo ist mein Forcer? Im Sumpf. Okay. Wir haben verloren. Ja. Gut. Nächster Versuch. Okay. Wieder das Übliche. Alle zum Smash Fist ziehen. Oh. Ich hätte warten sollen, bis die beiden Worker noch weg sind. So. Jetzt den Warrior killen. Äh. Ich will abbrechen. Jetzt erstmal den Warrior ausschalten. Wenn er uns lässt. Und uns heilen. So. Als nächstes den Warrior töten. Wieso wird jetzt dauernd die Kugel ausgelöst? Der hat nämlich jetzt auch den Warrior geheilt. Und schon wieder den Warrior geheilt. Komm, stürm an. Oh Mann ey. Irgendwie klappt das jetzt nicht mehr so gut. Okay. 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 Heilen. Unsere Rüstung ist schon auf Minimum unten. Jetzt stürmt er gleich wieder an. Genau. Kann der nicht irgendwie so stürmen, dass er... Nein. Nein. Du rätst nicht zur Sludge Queen. Ihr heilt euch lieber mal. Und macht endlich den blöden Warrior kaputt. So. Danke. Heilen. Nee, nee. Ihr beide könnt ruhig da... Wo wollt ihr hin? Achso, ihr seid ja noch alle aggressiv. Scheinert das Aggressivsein erst mal ab. Du auch. Und heilt euch. So. Na ganz toll. Jetzt treffe ich sie. Jetzt kommen die Viecher. Okay, jetzt kann ich euch beide mal wieder auf aggressiv stellen, dass ihr hier die Stellung haltet. So, da gucken wir mal, ob hier jetzt endlos welche kommen. Na, bis jetzt so wie es aussieht, nicht. Doch. Da kommt schon die nächste Ladung. So. Halt mal. Das ist sicherer. Okay, jetzt kommen blaue. Weiter runter prügel ich die Sludge Queen jetzt erstmal nicht. Ihr könnt euch schon verteidigen, das wisst ihr. Ähm, Heilschleim. Okay. 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 Es kommen jetzt da jedenfalls unendlich viele Gelbe. Immer wieder in Wellen. Okay. Okay. Es kommt ein Sludge Warrior. Einen können wir ausschalten. Ähm. Okay. Wo liegt mein Halbtoter? Da. Nein, du verfolgst nicht den. Kannst du nicht den Forster wiederbeleben? Verdammt nochmal. Nein, kannst du nicht, weil du nicht ausgewählt warst. Oh Mann. Okay. Noch ein Versuch. So, erstmal zusammenziehen. Dann machst du rundum Schlag. Ich sagte, du machst rundum Schlag. Ich finde das echt komisch, dass am Anfang die Maus nicht richtig reagiert. So, dann geh weg. So. So. Genau. Nächstes Mal klappt es besser. So. Jetzt kommt der Ansturm. Genau. Und jetzt weg mit dir. Danke. Du wirst passiv und du wirst passiv und du wirst passiv. Und jetzt heißt es... Weg mit der Sludge Queen. Jetzt kommen, glaube ich, die Kleinen angerannt. Ja. Das heißt, ihr beide geht mal wieder auf Aggro. Für die brauche ich noch keinen Rundumschlag. Nein, nein. Du bleibst schön. Ihr bleibt schön hier beim Haltstein. Ich sagte, ihr bleibt hier beim Haltstein. Äh. Nee, nee, nee. Und mein Smashbiz ist tot. Nee. Okay. Alles kein Problem. Wo ist mein Shadow? Da ist mein Shadow. Der Forster ist auch gleich tot. Und da ist Shadow auch tot. Ja. Okay, ich darf in dem Schlacht keine Zwerge verlieren. Auch nicht schlimm. Gut, aber jetzt erst einmal... Gleich ein Quick-Safe machen. Ja, kann ich. Da muss ich nicht jedes Mal die Sequenz starten. Abschluss, Logbuch, Eintrag Nummer 39, Captain Kirkbeard. Der Kontakt zu unserem Außenteam ist abgerissen. Sie werden wohl die Sludgequeen gefunden haben und sich einen erbitterten Kampf mit ihr leisten. Wir hören schon wieder den ganzen Lärm bis hierher. Hoffentlich kommen sie mit der Sludgequeen genauso gut klar wie mit den Piraten bis jetzt. Dieser Feind scheint doch etwas zäher zu sein. Kirkbeard Ende.